Auch in diesem Jahr stellte die Emscher-Genossenschaft für junge Nachwuchskicker ein Zunier auf die Beine, das im Ruhrgebiet seinesgleichen sucht. Bei der nun schon neunten Auflage des Emscher Junior Cup konnte sich der Hombrucher Sportverein 0972 beim Finale im Stadion Niederrhein durchsetzen. Auch von uns nochmal herzlichen Glückwunsch an die Nachwuchskicker.